He 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 he. Deeeeeeeh. Bye bye. Bup! Hahahaha. So was macht den Mann aber, ne? Hm, 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 hm. Dubi, du, bi, du, 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 du. Hm, 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 hm. Ja, ja, ja. Nun lieber den. Nell? Ich habe aber den Großen gewollt. Ich glaube, wenn ich mir jetzt das Video dann auch nachher angucken werde, werde ich sehen, dass mein Kurs auf den Großen gegangen ist. Oder ich habe mich das jetzt nur eingebildet. Nell, 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 nell. Mach keine Sachen mit mir. Denk dran, ich bin heute gut, genau, und das soll sich nicht ändern. Das willst du nicht. Nein. Wo hab ich das Messer hin? Ja. Ich meinte natürlich. Hätte ich jetzt irgendwelche Hausfälle, die ich in die Kamera halten könnte, was eigentlich unsinnig ist, weil ich keine Kamera habe, wäre ich aus dieser Sache eins herausgekommen. Verdammt. Hm. Ach, jetzt überlässt sie mir alles. Ja, ja. Komm, Janell, ihr Aufzug warten. Du bist zwar hübsch, aber trotzdem nicht allwissend. Äh, ja. Kann uns im Prinzip ja nicht allzu viel passieren. So, den stellen wir mal hierhin als Pflock. Flock, Flock. Mhm. Gött. Der muss zu uns kommen. Das packen wir hier hin. Dich packen wir da rein. Sehr weit kommt der ja nicht. So. Hm. Ja. So. Kaum eine Gefahr. Oh, jetz, 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 jetz. Ich denke da wieder um drei Ecken, was eigentlich unnötig ist. Ich mische jetzt einfach mal den und seine Truppen da auf und fertig. Jaja. Geht du mir mal aufs Dach. So schlimm ist die Sache nicht. Du bist zweitrangig. Den hole ich vom Himmel. Aber sowas von. Und die sind beschäftigt. Das finde ich schön. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kommen wir nur. Leren. Gut, 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 gut. It's a good. Mario. It's all this good. So. Wie viel hast denn du noch so an Sprit? Ach, ach. Na, wo kommt ich wieder hin? 95 Sprit, 6 Schuss. Ach, die soll doch ruhig an dem Heli da austoben. Wozu habe ich denn das Ding dort stehen, damit er seine Munition verbrät? Umso weniger kann er meine anderen Einheiten zu Leibe rücken. Pff, also das macht mir Panik. Meinst du das ernsthaft? Also, ne, ne, ne. Jetzt komm mal her, du. Ich bring da jetzt mal was bei. Also zuerst kommst du weg. So. Hm. Der hat noch 85. 7 Schuss. Ja. Hm. Der soll ruhig versuchen, hier einen auf dicke Hose zu machen. Und wenn ich draufgehe, ist mir das auch egal. Dann mach ich das Ganze eben nochmal. Zu eurem Leidwesen. Ja, so böse bin ich. Das würde ich tun. coaster werden. Dum dum do 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 do. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dumdi dumdi du. Dum сю, l diez l diez l Dragons. Dum li d origins. Waren wir ja so klar. Ha ha ha. Winke, winke, kleiner Bomber. So, du bist ja schon ganz gut angehauen. Bye, bye. Gut, ich hätte das jetzt auch mit weniger Verlust machen können, aber wo bleibt der Spaß an der Hohre? Außerdem tue ich generell nicht was, was Nell von mir will. Ach. Ich wollte doch dahin ein bisschen auffrischen. War doch alles geplant. So, du dahin. Gut. Jetzt bin ich einmal gespannt. Oh, ist das süß. Er will sich schon wieder mit meinen Hochhäusern paaren. Wie ein kleiner Liebistoller Godzilla. Ignorier Eisern, dass ich hier mit meinem Paar in Sandstehe. Ja. Ah, schade. So eine schöne Einheit. Total unnutz geworden. Ja, wenn man sie einmal am Schlawittl hat. Besser gesagt, wenn man weiß, wie man sie am Schlawittl haben kann. Tja, ja, ja. Hm. 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 Ich bewege sie gerne durch die Landschaft. Und dagegen könnt ihr nichts machen. Ja, haha. Rein gar nichts könnt ihr dagegen tun. Ich habe die Macht. Ja, 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 ja. Hm. Guck mal da. Ich schenke dir was. Moment. So. Äh. Ist übrigens eine sehr schöne Funktion, dass man, bevor man noch mal bestätigt hat, wie er fahren soll, abbrechen kann und die Route ändert. Ist in vielen anderen Games nicht so der Fall. Ja, ja, ja. Komm du nur raus. Aus deiner Räuberhöhle. Habe ich kein Problem damit. Hey, ich bin aber heute wieder ein bisschen müde. Wie das wohl wieder kommt, keine Ahnung. Ach, stimmt ja. Wieder ganz, ganz viele Videos angeguckt. Akkus. Der mit seinem Kongas. Was noch? Ja. Von Tru und Chi mal wieder ein bisschen Dead Space geguckt. Namsang artet es wieder in eine Guckt euch mal die Leute an Video. Aktion. Wobei eigentlich gar nicht mal so der schlechteste. Besser als ein Guckt mal da, ich hasse diese Leute Video. Ja. Das genaue Gegenteil von dem, was ich hier eigentlich tun möchte. Genau da. Warum habe ich jetzt eigentlich diesen Panzer angegriffen? Ach, stimmt ja. Ach, stimmt ja. Ich habe da wieder dummes Zeug gelabert und vergessen, wo ich hin drücke. Ach, so wird man auch seinen A-Rang los. Sinnlos Zeug drücken. Aha, 4 gegen 8. Du hast keine Chance gegen mich. Aha. Komm, werde ich ein bisschen. Nur ein bisschen. Und das haben wir leider, die sind nicht lernfähig. Du, 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 du. Plopp. Der haut ab, ja. Ich habe es kaum gesehen. So. Ja, ja, ja. Ach, diesmal hatte ich überhaupt keine Chance. Wartest du schon? Du bist einfach nur zu blöd. Ich bin nicht so schnell gewesen, die Taktik hat mir nicht gefallen. Weißt du, wenn du alles besser kannst, warum fährst du dann nicht in den Krieg? Ja, da macht sie die Klappe auch nicht mehr auf, da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. So, Luftkampf, oh je, das kann lustig werden. Hui, jetzt haben wir Bomber und Flugzeuge. Haha, das macht doch Laune. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, wir dürften es ja bald haben mit dem ollen Tutorien. Hm. Gerade noch rechtzeitig, ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, das nennst du gerade noch rechtzeitig? Hm, ich will nicht wissen, was sie kurz vor Torschuss macht. Hm. De, de, de. Also ich würde mal sagen, als erstes die Boote und Transportflieger weg. Gucken, dass ich den Missile Launcher entsorgt bekomme. Ja, ich weiß bis heute noch nicht, warum jetzt das eine Ding Raketen heißt und das andere Missiles, äh, bluuuuh. Ja, es reicht nicht aus, dass ich bei deutscher Aussprache versage, nein, es muss auch noch Englisch sein. Ach Gott, ich versage in zwei Sprachen gleichzeitig. Oh, welch Luxus. Kann es sein, dass Nell mir wirklich nichts mehr vorgibt? So, erst mal du weg. Mensch, das ist Luxus hier. Haha, Nell geht mir mal glücklich nicht auf den Zünder. Das ist wunderprächtig. Wunderbar, jawoll. Den braucht wirklich keine Sauber. So, dann räumen wir erst mal hier ein bisschen auf. Gut, gut, also gezeichnet. Weil ich hier hin und dich, ja, mal direkt zum Gegenangriff. So, den ziehe ich mal ins Hinterland. Wobei, halt, 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 halt. Jep, 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 dachte ich mir. Den behalte ich dann lieber mal hier, weil, ja, aha. Eins. So. Mit etwas Glück schnappt die Falle zu. Ach, meine Landeeinheit wurde entdeckt. Ja, ja, ja. Ha, da, 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 da. Huiiii. Er hat vier Knallfrüsse. Hahaha. Die kriege ich auch noch. Du hast keine Chance. Mein armer Heli. Aber. Ja, er ist in Reichweite. Die volle hat zugeschnappt. Ach, ist mir doch scheißegal, ob du mir jetzt den wegbombst. Ach, das finde ich auch alllieb von euch, dass ihr mir eure ganzen Bomber daherstellt. Ach, Nell, du bist eine alte Heulsuse. So, jetzt erstmal, du machst Käsekuchen, Käsekuchen, nein, ich meine natürlich das da weg. So, du machst den da und du den. So, du machst den. Äh, du nimmst dir den vor. Ach, halt, kannst du ja gar nicht. Vergiss das ja immer wieder gerne. Ne, lassen wir mal. Der soll ruhig sein Glück probieren. So, und du, den da. Süddele, hat du gehabt, hat du dein Ziel erreicht, soll er mit seinen Panzern machen, was er will. Wir haben trotzdem noch mehr Bomber als er. Äh, jetzt wo, joh, 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 joh. Ihr wollt wirklich alle eins auf die Schnauze, hm? Ja, das lässt sich einst, äh, arrangieren. So, und du machst den hier platt. Was die anderen da treiben, ist mir völlig schnuppe. So, und die. So, auch noch. So, sollen die sich ruhig austoben. Ist ja nicht so, als ob ich nicht genügend Anfangeinheiten hätte.